Das Rad der Zeit dreht sich. Zeitalter kommen und gehen und hinterlassen Erinnerungen, die zu Legenden werden. Der junge Rand Altour schwebt in Lebensgefahr. Die Häscher des dunklen Königs sind hinter ihm her. Trollocks, blutrünstige Wesen, halb Mensch, halb Tier, fallen eines Nachts über Rands Dorf her und töten alles, was ihnen in den Weg kommt. Auch seine Familie wird erschlagen. Zusammen mit der Magierin Moraine flieht Rand zur fernen Inselstadt Tar-Valon. Dort beginnt er sein Schicksal zu erkennen. Und der Kampf hat gerade erst begonnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dismiss. Surung des ZDF, Berlin. Surung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.